Macht man einen Cheeseburger, der nur 50 Cent kostet? Okay, dafür gehen wir erstmal einkaufen. Währenddessen könnt ihr ja schon mal das Plus wegmachen. Wir sind nämlich bald 1,1 Million. Als erstes müssen wir das Fleisch anbraten. Dann legen wir ein kleines bisschen Cheddar drauf. Währenddessen habe ich Salat ausgeschnitten und das Brot ausgestochen. Hier kommt schon mal ein bisschen Soße drauf. So, und jetzt nur noch alles zusammenlegen. Fertig sind die Burger für 50 Cent und jetzt kommt der Geschmackstest. Drei, zwei, eins. Boah, schmeckt wirklich lecker. Der beste Cheeseburger für 50 Cent. Schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen.